Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Mod-Vorstellungsvideo hier in Jurassic World Evolution. Und heute möchte ich mir zwei neue Spezies für das Spiel mit euch gemeinsam angucken, unter anderem diese hier. Das ist ein kleiner gefiederter Räuber aus der Kreidezeit und sogar aus Europa. Der kam nämlich, glaube ich, in Rumänien vor oder sowas. Der Name ist sehr, sehr schwer auszusprechen, muss ich sagen. Der ist auch, glaube ich, aus dem rumänischen Valor. Ich hoffe, es ist einigermaßen richtig ausgesprochen. Falls nicht, schreibt es gerne in die Kommentare. Oh, der frisst sogar noch Pflanzen hier. Interessant. Aber der hat eine Fleischfresser-Animation. Okay, das ist jetzt gerade überraschend. Der hat aber ein sehr tolles Federkleid. Der hat, glaube ich, auch die ganzen Animationen und Bewegungen von dem Velociraptor, wenn ich hier mal gucke, die Klauen und so. Ja, das ist definitiv der Velociraptor mit dem Schrei. Sieht halt viel, viel vogelartiger aus. Schauen wir uns den jetzt nochmal ein bisschen genauer an. Ich habe das Ganze mal pausiert. Sieht ganz cool aus, muss ich sagen. Also der ist sehr gut gelungen. Die Federn gefallen mir richtig gut. Wobei diese Texturen ein bisschen... Na, unscharf ist sie gar nicht. Ich glaube, das soll halt so das Gefiederte darstellen. Was ich noch richtig cool finden würde, wäre bei solchen Dinosauriern, wenn die wirklich so ein bisschen... Ja, das Ganze ein bisschen fellartiger aussieht. Also das ist so wie bei Planet Zeus, bei den Tieren, wie bei den Tieren da. Das ist ja auch alles sehr fällig. Aber ich glaube, das ist in so einem 3D-Model gar nicht mal so leicht umzusetzen. Aber so genau kenne ich mich da nicht aus. Hier hinten ist die Textur ein bisschen verwaschen. Da sind die so ein bisschen langgezogen. Aber sieht trotzdem nicht schlecht aus, ne? Ich meine, so nah ran zoomen macht man ja in der Regel nicht. Also wenn man so von hier guckt, was ja noch relativ normal ist von der Distanz, sieht das schon sehr, sehr gut aus. Ich finde aber besonders den Kopf sehr interessant und auch diese großen Augen. Es ist übrigens aktuell so, dass ich gar nicht mehr hinterherkomme, euch die neuen Spezies zu zeigen. Weil es kommen so viele raus. Also ich habe euch schon so viele nicht gezeigt. Ich muss mal schauen, wie ich das mache, dass ich die vielleicht mal in einem Video dann alle installiere oder so. Aber das ist halt auch sehr schwer. Weil ich finde, wenn man das oder wenn man die jetzt alle in einem Video abhaken würde, das würde denen halt gar nicht gerecht werden. Weil da steckt ja auch viel Mühe und Arbeit hinter meistens. Das hier ist der, der Balor. Mit einem sehr coolen Bild. Sieht echt interessant aus, wie er da steht. Aber echt schön mit dem gefederten Kleid. Oh, die Werte sehen wir gerade gar nicht. Der ist modifiziert im Moment. 50 und 13. Also nicht zu sehr übertrieben. Ich würde sagen, wir lassen jetzt nochmal einen zweiten Skin frei. Wie wäre es mit dem lebhaften Muster? Das ist meistens sehr schön. Oh ja, das ist echt schön farbenfroh. So ein bisschen lila-pink. Aber auch nicht zu viel. Also die Farbe gefällt mir eigentlich noch. Das ist jetzt nicht zu knallig. Sehr, sehr gut gemischt. Sieht definitiv interessant aus. Ich habe jetzt nochmal pausiert, damit wir uns mal die Zähne angucken können. Ja, der hat so ein paar kleine spitze Zähne. Diese Farbe. Schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also ich favorisiere auf jeden Fall eher den Braunton da hinten. Oder dieses normale. Aber ich bin ja sowieso eher Fan von diesen natürlichen Farben und nicht von diesen knalligen. Gut, aber das sieht cool aus mit den Federn hier. Dass die unteren Federn dann so weiß sind und die oberen so lila. Das gefällt mir. Und einen weiteren lassen wir noch gemeinsam frei. Das ist jetzt glaube ich Tundra. Der sieht sehr cool aus. Also der hat auf jeden Fall so leicht lila mit drin in dem Fell. Aber ich finde hier den Kontrast sehr cool. Der ist nämlich ein bisschen höher von diesem und dieser unteren weißen Farbe und dann der Fellfarbe oben. Der sieht sehr nice aus. Ist jetzt mein Favorit. aber es gibt auch noch glaube ich drei weitere Skins. Aber die könnt ihr euch dann selber angucken wenn ihr möchtet. Der Mod ist natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung für euch verlinkt. Und zu guter Letzt schauen wir uns den jetzt natürlich auch noch im Kampf an. Gegen einen Prozerathosaurus. Da macht er kurz einen Prozess. Und das war es mit dem Prozeratho. Oh, hier vorne kämpfen wir auch noch zwei. Das ist aber keiner von den gemoddelten Dinos. Schauen wir uns natürlich aber auch noch an. Will ich euch nicht entgehen lassen. Aber da kriegt aber jetzt der Stygimoll auch hier ganz schön auf den Sack. Und wird jetzt hier... Oh, das ist ja eine coole Animation. Von dem Prozeratho erlegt. Und als zweites für heute schauen wir uns einen weiteren gefährlichen Räuber aus der Kreidezeit an. Das ist der... Ich-Ti-Ovenator. Ein Spinosaurit aus der Kreidezeit. Wundert euch nicht, der Kampf findet gerade noch da hinten statt. Im anderen Gehege. Es sieht wirklich sehr, sehr interessant aus. Hat ein sehr markantes... Ja, Rückensegel. Und auch der Kopf ist sehr markant. Hat übrigens die Animationen und... Geräusche von dem Sucho Mimus, wenn mich nicht alles täuscht. Und auch einen richtig tollen Skin. Oh, die Fressensanimation ist aber... ein bisschen sehr weit weg. Der ist wahrscheinlich ein bisschen kürzer als der Sucho oder sowas. Oder woran liegt das? Aber ich meine, das Fleisch, das nimmt ja gut auf. Vielleicht ist er auch allgemein einfach gerade nur verbackt, dass er ein bisschen weit weg steht. Könnte ich mir auch vorstellen. Pausier jetzt aber nochmal ganz kurz und dann schauen wir uns das natürlich auch nochmal aus der Nähe an. Der ist wirklich super hochauflösend, der Skin. Heftige Zähne. Ich finde ja diese Maserung mega cool. Sieht echt interessant aus. Und der sieht auch super böse aus. Also die Farbgebung ist wirklich klasse. Der ist echt richtig gut umgesetzt. Und ich finde, der passt auch richtig gut in so eine sumpfige Gegend oder in so einen Redwood Tree Wald. Wir lassen aber auch hier natürlich nochmal gemeinsam einen zweiten frei. Damit ihr den auch mal hier in der Liste seht. Und hier haben wir ihn, den ich, die Ovenator. Oh, die Werte sind auch schon wieder verfälscht. Weil ich ihn modifiziert habe. 89 im Angriff und 42 in der Verteidigung hat er normal. Das Bild fügt sich auch super ein hier. Aber wir brüten jetzt nochmal ihn aus. Und zwar mit einem anderen Skin. Mich würde tatsächlich Sumpf oder Dschungel sehr interessieren. Sumpf gibt es gar nicht. Mal schauen, ob der dann so ein bisschen grünlich aussieht. Oh, der ändert sich gar nicht. Das ist aber schade. Ich meine, der Standardskin ist richtig cool. So ist es nicht. Aber so ein bisschen Variation zu haben, ist immer schön, ne? Können wir nochmal einen weiteren freilassen. Vielleicht ist es auch nur der Skin, der sich nicht ändert. Nehmen wir einfach mal den zweiten hier. Dieses Tundra-Muster. Und schauen wir da mal rein. Ja, schaut mal. Der sieht anders aus. Leider gerade die Schattenseite. Aber das lässt sich ändern. Oh, der sieht ja auch richtig cool aus. Der hat halt super interessante Farbvariationen. So richtig dunkles Blutrot hat er jetzt mit drin. Gefällt mir auch gut. Ich habe übrigens gerade gesehen, dass der Ich, die Ovenator, auch Fische fressen kann. Seht ihr da an dem kleinen Symbol. Oh, ich glaube, hier schlägt er jetzt gleich zu. Das wollen wir uns natürlich angucken. Ich wollte euch den natürlich jetzt auch nochmal im Kampf zeigen. Ich glaube, den Iguanodon. Den packt er sich hier. Aber die Animation sieht ganz, ganz komisch aus, muss ich sagen. Aber da hinten geht es auch rund. Oha. Jetzt geht es hier Schlag auf Schlag. Gegen einen Kentro ist er hier auch am Start. Passiert auf einmal alles auf einmal. Der Kentro ist schon blutüberströmt. Kriegt jetzt nochmal einen saftigen Heap. Und ist, glaube ich, ja, hier zur Strecke gebracht. Die Animation sieht jetzt aber ganz gut aus. Also scheint Teilweise so ein bisschen verbuggt zu sein. Aber das finde ich halb so wild. Dafür, dass das Model so gut aussieht und die Skins. Ich muss sowieso sagen, dass diese ganzen neuen Spezies, die aktuell ins Spiel kommen, unfassbar gut umgesetzt sind. Gefällt mir richtig gut. Aber das soll es jetzt auch für das heutige Video gewesen sein. Das waren zwei neue Spezies für Jurassic World Evolution. Meiner Meinung nach zwei sehr, sehr tolle und gelungene Spezies. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Falls ja, würde ich mich überein. Schrei und ein Like freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.